Was ist mit euren Icons? Komm, zeig dein Icon. Zeig deine Icon. Ich zeig euch meinen Haaland. Boah, wie geil das aussieht. Ich will einmal nur diesen Moment, einfach nur diesen Moment. Henri? Henri ist schon geil. Ich glaube, der ist dieses Jahr auch playable, weil dieses Jahr bist du halt in FIFA mehr so Dingens, ne? Auch mit robusteren Spielern unterwegs. Und Haaland kannst ja dieses Jahr auch zocken, zum Beispiel.